Kein Urlaub? Ja, Urlaub sieht anders aus, ne? Aber... Aber wir genießen es trotzdem sehr, natürlich. Ja, jetzt hab ich den Patrick gefragt, wer der beste Sänger ist. Den Nicky gefragt. Der Käpt'n muss es wissen. Ja, wir haben ihn gehört. Es gibt nur einen. Das ist der Sacha Blanc, ne? Also... Haben wir weitere Lieder nicht zu erwarten? Ja, aber wir könnten als Auslöser mal den Klausi Cutter nehmen. Hab ich? Was habt ihr so gemacht? Wir sollten mal die ganze Liga bedanken mit unserem Lieblingssong. Kühe, Schweine, Wegemarkt! Kühe, Schweine, Wegemarkt! Kühe, Schweine, Wegemarkt! Kühe, Schweine, Wegemarkt! Alles unter Krieg! 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 Jetzt sollten wir mal auf Englisch übersetzen. Weil unsere Kanadier, die schauen mich jetzt ganz... Ich weiß dort an. Schweine, Pick. Ein Kühe, Klaus. So, Pick, Klaus wie, die man... Nee, tschuldigung. Na, kannst du das reinbauen? Pick, Kals, Minimal. Aber ich find's ja auch nicht schlecht, dass die Mannschaft sich in der letzten Ecke hier versteckt. Oder? Weil er nach vorne kommt! Das ist Wahnsinn! Einer schüchtert, aber der andere. Ihr seid deutsche Meister! Auf, Wolfi! Mach du mal was hier! Das ist ja Wahnsinn! Der Sascha versteckt sich ganz hinten draußen. Sascha gut! Sascha gut! Sascha gut! Sascha gut! Sascha gut! Danke, danke, danke. Ich hab überhaupt nicht viel zu sagen. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ich muss mich ganz herzlich bedanken. Ich bin seit fünf Jahren hier. Ich glaub das waren die besten fünf Jahre in meiner ganzen Reise und Karriere. Ich war schon relativ weit unterwegs in Deutschland, in Amerika, aber sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Und dafür möchte ich mich bedanken. Vielen, vielen Dank! Wir wollen ja nicht das Zul-Sentimental hier werden, deswegen muss jetzt der Wolfi mal hier was anstehen. Nein, Wolfi! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020